Hallo, Donnerstag, Kneipetag, siebte oder achte Mal zu, gell? Achte, denke ich. Allerdings gibt es in der Presse vor allem Neuigkeiten. Es soll die Gastro aufgehen am 18. Mai. In Bad Württemberg, gell? Heute Mittag irgendwas gesprochen. Ja, allerdings, und jetzt kommt das ganz große Aber, fallet vermutlich Kneipe und Kneipe, die Essen verkaufen, so wie wir, einfach schlichtweg raus. Und da gibt es noch keinen konkreten Termin. Wir halten euch aber auch im Laufenden. Wenn ihr was erfahrt, gerne auch andere Gaststätten und so weiter, Kneipe, meldet euch bei uns, dass wir uns austauschen können und schauen, wie wir alle zu einem guten Miteinander kommen können, dass das irgendwie alles wird. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ich habe hier noch Bier und zwar... Wunderschönes Bier. Ja, A, schönes Bier und B, habe ich ganz, ganz viel Weizen und von daher, wenn ihr nicht zu uns kommen dürft in die Kneipe, so doch noch vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß es nicht, Woche, würde man uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht hier ein Kasten Bier oder auch einfach so ein 8-Pack oder ein 4-Pack bei uns im Tante-Wähl-Stoff holt. Und den einfach dann bei sich im Garten oder am Fluss oder sonst wo trinken kann, gell? Und wie gesagt, wir schauen, dass es so bald wie möglich irgendwie aufgeht und wir freuen uns auf euch. Bis denn, tschüss! Bis denn, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020